Von der Angst zu wachsen In den Momenten, in denen du dich dennoch klein fühlst und in denen du den Kopf in den Sand stecken willst, in Momenten, in denen du Angst vor deiner eigenen Größe bekommst und sie daher einfach vergessen willst, denk an die Metamorphose des Schmetterlings. Die Raupe ahnt im Kokon bereits, dass etwas passieren wird. Sie kann spüren, dass sie dazu bestimmt ist, ein Schmetterling zu sein. Doch wenn sie sich im Spiegel ansieht, dann muss sie sich eingestehen, dass nichts an ihr so aussieht, als würde es jemals Flügel haben können. So ähnlich fühlst du dich vielleicht auch manchmal auf deinem Weg in die Freiheit, auf deinem Weg zum Schmetterling. Du kannst es vielleicht noch nicht erkennen, doch du wirst dieser Schmetterling werden. Ganz bestimmt und ohne Zweifel. Und obwohl du keine Vorstellung davon hast, was das genau bedeuten mag, kannst du es bestimmt spüren. Irgendwo tief in dir drin. Dass auch du eines Tages Flügel haben. Dass auch du in allen Farben des Regenbogens glänzen wirst. Und trotzdem verlässt dich des Öfteren der Mut, wenn du dir deine jetzige Lebenssituation oder Verfassung anschaust. Es scheint dir, wenn du, wie sagt man so schön, mal ganz realistisch bist, vielleicht sogar schier unmöglich, dass diese Verwandlung für dich bestimmt ist. Stattdessen fühlst du Ohnmacht und Angst, Wut und Verunsicherung, Scham und Verzweiflung. Du fühlst dich gefangen in den Geistern deiner Vergangenheit. Egal ob als verletztes Kind, als verletzter Teenager oder als verletzter Erwachsener. Und du fragst dich, wie zur Hölle aus diesem verunsicherten Wesen ein starker, freier Mensch werden kann. Du schaust auf deinen vollgepackten Alltag, bestehend aus Rechnungen, die du zu zahlen hast, aus frühem Aufstehen und aus dem ganzen Druck von außen. Wie sollst du da jemals ein selbstverwirklichtes Leben führen? Hab Vertrauen, dass auch du für Flügel bestimmt bist. Sie gehören zu deiner Natur. Hab Geduld, hab Zuversicht. Jeder kleine Schritt zählt. Und stell dich den Herausforderungen. Sie werden dir helfen. Das ist ganz sicher. Jede große Herausforderung besteht aus kleinen Prüfungen. Jedes Überwinden deiner Angst macht dich stärker. Wenn die Raupe beginnt, sich zu verpuppen, wird im Kokon ein Enzym freigesetzt, das dafür sorgt, dass sich die Raupe Stück für Stück auflöst. Natürlich wehrt sich die Raupe dagegen mit all ihrer Kraft. Sie will zwar ein Schmetterling werden, doch sie hat unbeschreibliche Angst davor, nicht mehr so zu existieren, wie sie es bisher kannte. Doch Schritt für Schritt wird sich dieser Prozess vollziehen. Und dabei geschieht ein Wunder. Während sich die Raupe scheinbar auflöst, werden neue Zellen im Kokon aufgebaut. Die sogenannten Imago-Zellen. Das Wort Imago kommt von dem lateinischen Wort für Bild, Vorstellung, Fantasie. Es weist darauf hin, dass etwas Neues entsteht. Ein Bild, das vielleicht sogar unsere Vorstellungen übersteigt. Die Imago-Zellen beginnen dann, sich miteinander zu vernetzen. Und produzieren als allererstes etwas Fantastisches. Flügel. Sie wachsen dem werdenden Schmetterling. Zuerst einer rechts und dann einer links. Durch die weitere Ansammlung und Vernetzung von Imago-Zellen reift der Schmetterling so lange, bis der Kokon ihm zu eng wird. Nun will er ausbrechen. Doch es ist bisher nur eine winzige Öffnung im Kokon entstanden. Ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Kaum bemerkbar für den Schmetterling. Er muss sich mühsam durch diese Öffnung zwängen, sich anstrengen und kämpfen. Und schließlich nach diesem immensen Kraftakt endlich in die Freiheit zu fliegen. Jeder einzelne, noch so anstrengende Teil dieser Metamorphose ist unumgänglich und essentiell wichtig. Ich habe eine Geschichte gehört über einen Mann, der einen werdenden Schmetterling in seinem Kokon gesehen hat. Als der Mann sah, wie mühselig sich der Schmetterling versuchte, durch den Kokon zu zwängen, entschloss er sich, dem Schmetterling zu helfen und schnitt den Kokon auf. Der Schmetterling fiel zu Boden und starb. Damit der Schmetterling in die Freiheit gelangen kann, muss er den ganzen Prozess durchlaufen. Auch die Teile, vor denen er Angst hat, gegen die er sich wehrt, die für ihn anstrengend oder ermüdend sind. Genauso hilft auch uns, jede einzelne Erfahrung auf unserem Weg dabei, in die Freiheit durchzubrechen. Vor manchen Stationen auf deinem Weg wirst du Angst haben und wirst versuchen, dich mit Händen und Füßen gegen sie zu wehren. Andere Stationen werden so anstrengend sein, dass du sie verfluchst. Trotzdem sind sie alle ein Geschenk. Die menschliche Metamorphose, deine und meine, bedeutet, dass wir uns selbst und das Bild von uns, das wir mit aller Anstrengung versuchen, aufrechtzuerhalten, loslassen. Trotz der Angst davor, uns aufzulösen. Nur so können wir werden, was wir bestimmt sind zu sein. Mutiger, ehrlicher und mit mehr Soulpower, als wir es uns jemals hätten vorstellen können.